Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Morgen bekommen wir mal wieder die Sonne zu Gesicht. Ab und an schaut sie hinter den Wolken hervor. Regnen soll es nicht. Das Quecksilber klettert bis auf 4 Grad. Der Freitag präsentiert sich dann wieder grau und zugezogen. Bei 0 bis 3 Grad bleibt es winterlich kühl. Das Wochenende beginnt dann sogar mit etwas Sonne. Trotzdem bleiben dicke Wolken unser Begleiter. Wir bekommen Werte bis 5 Grad. Am Sonntag sind dann sogar die ersten Schneeflocken möglich. Es bleibt grau bei Temperaturen von maximal 2 Grad.